Also während der Übung denke ich eigentlich gar nicht darüber so nach, was ich jetzt weiter tun muss, sondern da konzentriere ich mich eigentlich nur auf die Sachen, die mir meine Trainer davor, immer vor der Übung sagen, also öffnen, Beine strecken, am Ende lang bleiben, damit die Kampfrichter nichts abziehen können und an so Kleinigkeiten, was halt dann noch mal ein paar Zehntel mehr bringen könnte, damit ich mehr Punkte bekomme, an die Sachen denke ich eigentlich dann immer. Die Neuseeländerin, die ist als Zweite ins Finale gekommen, die ist dann vor mir noch gesprungen und hat eine richtig gute Übung nochmal hingelegt und dann dachte ich mir so, okay, jetzt muss ich echt einen drauflegen und meine Übung des Lebens zeigen. Dann bin ich einfach aufs Gerät gegangen, hab die Kampfrichter gelächelt und hab dann mein Zeug gemacht, was ich kann. und ja, hat gut funktioniert. Also die sehr sehr guten Athleten unterscheiden sich von den guten dadurch, dass sie eben noch platzierter in der Mitte des Tuchs turnen können. Also gerade Knie, gerade Füße, schöne Positionen, das kriegen alle hin. Aber in einer gewissen Höhe, sauber und in der Mitte zu turnen und auch schwierige Elemente leicht aussehen zu lassen, das haben nur die wenigsten. Also ich mag jetzt einfach selber so Bilder zu posten und Videos von dem, was ich erlebe, wie ich um die Welt reise. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, irgendwie im Internet oder jetzt auf Instagram irgendwie Sachen von sich zu posten, weil eben Trampolin ist eh nicht so populär. Manche denken ja, dass wenn ich sage, ich mache Trampolin, dass die denken, ich springe auf dem Garten Trampolin und dabei ist es ihnen gar nicht bewusst, dass ich jeden Tag mehrere Stunden auf dem normalen Trampolin verbringe und irgendwelche Doppelsaltos und Dreifassaltos mache. Es ist mein allergrößtes Ziel, mal zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und da spielen ja ganz viele Kleinigkeiten eine Rolle, aber wenn das alles gut läuft in den nächsten Jahren, könnte es passieren, dass ich vielleicht mal, dass ich das schaffen könnte. Wenn ich das mache, wenn ich das mache, dann bin ich nur noch nicht mehr. Vielen Dank.